so wir werden uns heute einen neuen charakter erstellen und ja genau und werden mal ein neues das neue startgebiet ausprobieren wir sehen hier also wir haben bei der allianz alles freigeschaltet was man freischalten kann deren elfen sich geschmiedet renai dunkel eisenzwerg kultiraner mechagnome bei der horde haben wir nachgeborener hochbergtauren marka und die vulpera die zander lari trolle fehlen noch ja da muss noch ein bisschen questen wir werden was nehmen wir denn was wollen wir nehmen wir nehmen ein mensch und nehmen magier so also man sieht auch die das aussehen der einzelnen rassen ist der verändert worden man hat viel mehr anpassungsmöglichkeiten ich habe jetzt auf ein server angefangen wo ich noch gar nicht war so hautfarbe also da gibt es schon verschiedene mit mehr möglichkeiten als vorher gesicht wir gucken mal wie viele gesichter es gibt so warum geht das nur mit dunkelhäutigen ok also auch irgendwie beschissen 36 gesichter gibt so frisur gibt es auch eine menge was gibt moment ich muss erst mal glatze arbeiter soldat mensch papa schneidig lose höfling gelehrter schurke warum sind schurken denn so aus fabelhaft ach weißt du gestern habe ich wieder einen murloc getötet das hat mir so leicht getan samson ok kämpfer stacheln fransiger zopf lang mentor stoppeln dreadlocks flecht rein locken tolle prinz zauber zauber zauberer pony kommentiert es gibt aber manche farben die man wohl nicht mit anderen kombinieren kann soja schnurrbart ohne bürste schnauzbart tuska professor gewölbt hufeisen ich nehme den gewölbten so und bad ohne ziegenbart voll quasten dicht kurz kimpische unter lippenbart der gefällt mir mit am besten koteletten entweder mit entweder ohne oder mittel ohne bitte und die gesichtsform rund breit schmal schnell rund so und hier können wir aussuchen ob wir im normalen startgebiet der allianz staaten also der menschen staaten wollten wollen oder auf der insel der verbanden das kann man hier unten auswählen wir nehmen natürlich jetzt die insel der verbanden weil da wollen wir ja anfangen addons deaktivieren ja okay dann würde ich sagen welt betreten ihr seid ein soldat der edlen allianz einer koalition aus königreichen die ideale wie mut und gerechtigkeit in ganz azeroth bewahren kürzlich ist eine allianz expedition zu einer unerforschten insel verschollen als neuere gut seid ihr teil einer rettungsmission die von sturmwind aufbricht bringt die expeditionsmitglieder sicher nach hause für die allianz positioniert eure hände und klickt ok ja genau ok seht euch um lauft herum ein bisschen weiter zurück sprecht mit kapitänin garrick ok rechtsklick aufwärmen macht euch bereit lakios wir nähern uns der insel auf der die letzte expedition verschwunden ist wärmt euch ein wenig an der kampfattrappe auf annehmen ok links klick ja wir wissen das natürlich alles sind nicht unser erster charakter quest abgeschlossen kehrt nun zum questgeber zurück ok beenden ihr habt erfahrung gesammelt ihr steigt eine stufe auf wenn die erfahrungsleiste voll ist wo ist meine minimap ok er ist gut stand halten übten dem gefreiten cole macht weiter so nehmen wir kampfhaltung ein ich überlasse euch den ersten schlag also jetzt gegen ihn kämpfen lauft nie vor einem gegner davon haltet stand und wendet euch immer dem gegner zu aufwärmen ich denke ihr seid mehr als bereit für alles was auf dieser insel lauert ok öffnet euer zauberbuch um eure neuen fähigkeiten anzusehen wir haben feuerschlag bekommen und es wird uns gezeigt dass wir das in die leiste ziehen sollen ok dann können wir die quest jetzt abgeben vorsicht einschlag findet kapitänin garrick im schiff kapitänin dem sturm trotzen wir nicht mehr lange also wir müssen jetzt hier rein da unten kann man nicht weiter da ist die tür zu beenden und wir sind auf der insel angelangt so wir sind hier im murloch versteckt derzeit wir haben jetzt hier außer spezialisierung talente dann browser und abenteurer führer alles was wir sonst auch haben ich will mal hier reittiere wo ist denn der shopper und natürlich system quatsch abbrechen interface schnell plündern aktionsleisten dass das das übereinander so das haben wir okay zurück zum spiel ja fehlt noch ein bisschen was gut murloch mani holt sechs erste hilfekästen von murlochs zurück so und hier sehen wir jetzt unsere minimap ist gekommen und hier oben wird jetzt auch angezeigt wo wir hin müssen so was haben wir feuerschlag plündern die leiche mit rechtsklick ja weiß ich doch mich würde mal interessieren ob das bei ich will die leiche jetzt nicht plündern der und kriegst das jetzt jedes mal angezeigt oder nur bis ich die erste quest fertig haben der feuerschlag sieht aber auch richtig gut aus so einen kasten brauchen wir noch was ihr habt neue ausrüstung shift b um eure tasche zu drücken warum schiff b ich kann doch auch die tasche drücke c um euer charakter fenster zu öffnen also man kann das natürlich auch einfach so machen euer gegenstand wurde angelegt sehr schön so dann einmal zurück und das hier kennen wir schon vom letzten mal wo wir hier in retail waren dass man jetzt angezeigt bekommt auf der hier im bild wo die quest abzugeben ist ach wir haben neue fähigkeiten einmal frost nova die möchte ich aber hier hin haben die allianz lässt niemanden zurück so weiter beenden dringende erste hilfe benutzen erste hilfe kasten bei austin hex wort björn kraft hand und kieler bleibt aufmerksam und konzentriert also bei ihm hier bei ihr hier wenn du den quest gegenstand auf euer zieht an hier können wir finden die expedition was für ein unglaublicher sturm dieser sturm hat wohl auch das erste schiff getroffen würde ich auch sagen eine mission zu erfüllen enden auf der suche nach der verschollenen expedition durchsucht das nahe lager nach überlebenden der expedition öffnet eure m öffnet eure karte um eure nächsten zielort anzusehen ihr und ich bilden die vorhut geht zu eurem quest ziel den shopper will ich mal hier rüber machen haben wir eigentlich auch schon ruhestein ach das ist jetzt gleichzeitig auch eine tasche das auch praktisch du bist hungrig beenden gut sie erzählt jetzt nichts mehr dann würde ich sagen morgen machen wir hier im startgebiet weiter ja wir Vielen Dank.